So, meine Damen und Herren, wir kommen zur nächsten Nummer. Für die nächste Nummer bräut Geld. Mike? Fünf Euro? Fünf Euro Schein? Mache Wege, frag deine Frau. Fünf Euro? Glaube nicht. Ein Schein? Leider nicht. Ein Schein? Hier alle nicht, wir sitzen hier alle da. Hast du? Mike hier, ein Fang. Wer hat Geld? Schön. Fünf Euro, hier, fünf Euro. Hier, fünf Euro, soll ich es hier draufhalten oder was? Schön, danke schön. Das hat jetzt mit der Nummer gar nichts zu tun. Bringt mich einfach privat weiter. So, meine Damen und Herren, wir kommen zur nächsten Nummer. In der nächsten Nummer würde ich Ihnen gerne mein Horrorgeräusch des Jahres präsentieren. Und mein Horrorgeräusch des Jahres ist und bleibt immer noch Bohrer trifft Zahn. Ja, das kennen wir noch von unserer letzten Zahnwurzel-Restektion, wa? Und dieses Geräusch kann man wunderbar nachmachen, indem man so ein hier, wie heißt das Ding hier, so ein Latte-Macchiato-Stab nimmt. Ich weiß, das ist ein total alberner Name für so ein Ding. Bei uns in Neukölln heißt das einfach Uffrühr-Stab. Den Scherz kannst du dir mal erlauben hier, zu Karstadt am Hermann-Platz zu gehen, in die jeweilige Abteilung da und dann sagen, Guten Tag, ich hätte gerne einen Latte-Macchiato-Stab. Kriegst du gleich in eine Fresse. So, ich hab jetzt, äh, zufälligerweise hab ich jetzt so ein Ding mit dabei. Und jetzt kommen auch deine fünf Euro ins Spiel. Und ja, die nächste halbe Stunde wird jetzt ein kleines Hörspiel. Die können sich jetzt gerne zurücklehnen und, äh, wer sich wiederfindet, kann auch gerne aua schreien. Oh, da müssen wir verbohren! Na, die geht da bis zur Wurzel runter! Zack, da ist er weg! Ich mach das immer ganz gerne bei Freunden, die ich nicht mal erhenten kann. Die ruf ich dir morgens um vier an und sage, Guten Tag, mein Name ist Dr. van Helsing. Hatten wir nicht einen Termin? Dankeschön für die fünf Euro. Wenn die Frau alleine klatschen möchte, lassen Sie sie bitte alleine klatschen. Was? Wenn Sie Zwischenfragen haben, fragen Sie ruhig. Sie sind hier interaktiv. Gibt es irgendeine Frage oder so? I just called... I just called... I just called... Vielen Dank.